Alter, das ist komplett Gold, Leute. Alter, Leute, schaut mal, die haben so ein schwarzes Eis. Boah, das sieht richtig, richtig geil aus. Oha. Wir haben jetzt eine echte Bombe, eine Kodabombe. Alter, wir haben jetzt auf jeden Fall die nächste goldene Mahlzeit. Und zwar sind das einfach mal schwarz-goldene Chicken Wings, Leute. Hey, Leute, ich bin Lukas. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht schon, wir sind heute mit Marvin am Start. Was geht? Alle Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Leute, wir haben gerade ganz viel morgens. Und wir machen heute eine ultrakranke Challenge. Und zwar müssen wir jetzt beide 24 Stunden lang nur eine Farbe essen, die das Glücksrad bestimmt. Und Marvin? Ich vertagen. Leute, ihr seht schon, wir haben hier ein Glücksrad einfach mal rausgesucht. Da ist alles drauf. Gold, Silber, Pink, alles Mögliche. Okay, Leute, was kommt? Oh mein Gott. Boah, du musst schwarz essen. Mega. Einen Tag. Ich hatte sogar schon ein schwarzes T-Shirt, aber das passt sogar. Perfekt, ey, das passt sogar. Oh mein Gott, Leute. So, Leute, und jetzt kommt meine Farbe. Und was kommt? Bro. Oh, was? Digga, Gold. Oh mein Gott. Digga, was soll ich denn Gold essen? Ja, Lukas, also ganz wichtig, ey, ne? Wenn du gleich anfängst, auch erst mal das T-Shirt tauschen. Ja, goldes T-Shirt. Leute. Gold, Gold, Gold. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich alles Goldes esse. Marvin ist schwarz. Ja, let's go. So, Freunde, ich darf heute nur schwarz essen und trinken. Und ich habe auch schon schwarze Klamotten an. Natürlich ein Burger Pommes-Mörcher drunter, Leute. Und das heißt, für mich geht es jetzt erst mal hier nach Familar. Und dann würde ich sagen, gucken wir essen, was es heute zu essen gibt, Digga. Wir müssen einfach schwarz essen. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen sollen. Oh, Leute, schaut mal. Ich habe gerade schon was reden. Digga, was ist das denn? Das ist schwarz. Darf ich essen? Dann würde ich sagen, let's go. Das bestellen wir uns erst mal direkt. Bruder, ich muss gar nicht, dass es sowas hier gibt, ey. So, Freunde, ihr seht schon. Oh mein Gott, Alter. Ich bin dafür einfach mal nach Dubai geflogen, dass ich 24 Stunden nur goldenes Essen esse, Leute. Weil sowas gibt es tatsächlich gar nicht in Deutschland, Leute. Und ihr seht schon, genau, hier haben wir auch eine richtig krasse Skyline-Aussicht, Leute. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mein Frühstück rausgesucht. Das Restaurant, in das wir gehen werden, macht echtes 24 Karat Gold aufs Essen und auf die Getränke. Und da gehen wir jetzt hin, let's go. Übrigens, Leute, hier habe ich auch einfach meine Leseecke am Start. Weil hier lese ich mein eigenes Buch gerade. Und zwar auf der Jagd nach dem goldenen Playbutton, Leute. Ihr könnt es jetzt vorbestellen auf Amazon. Am 2.11. kommt das Buch raus. Aber wenn ihr es schon vorbestellt davor, dann bekommt ihr noch das geheime Wasserrutschen-Video hier aus Dubai dazu. Und zwar bekommt ihr das nur, wenn ihr das Buch vorbestellt, Leute. Und das geheime Video wurde in einem richtig heftigen Wasserrutschen-Parket gedreht, den ihr noch nie auf YouTube gesehen habt, Leute. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Frühstück. So, Leute. Jetzt essen wir erstmal unser Frühstück. Digga, was ist das eigentlich? Alter. Da ist ja riesige Schokolade drin. So, Leute. Wir sind jetzt hier angekommen im ersten Frühstücksrestaurant. Und ihr seht schon, hier gibt es das Prime Gold-Menü. Das werdet ihr natürlich bestellen. Gold-Baklava-Cheesecake. Gold-Cappuccino. Alter, let's go. Das gönne ich mir jetzt. So, Freunde. Ich glaube, jetzt kommt auf jeden Fall das Essen. Goldenes Backlava und goldener Cappuccino. Die erste Mahlzeit von heute. So, Leute. Kuchen haben wir aufgelassen, würde ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal rein und gucken, was wir jetzt kaufen können. Let's go. Ich bin gespannt, was wir hier so haben. Aber wir dürfen heute nur schwarz essen. Einen Döner können wir uns jetzt auch nicht holen. Hier gibt es nicht so viel. Deswegen, oh Mann. Das machen wir jetzt am besten, Leute. Das Problem ist, ich würde jetzt richtig gerne so einen fetten Döner fetzen. Aber das geht nicht. Weil, guckt mal. Das ist ja nicht schwarz. Deswegen, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier ins Geschäft rein und gucken, was wir da finden. Okay, Leute. Jetzt einmal für meine Freundin. Oha. Und hier haben wir das goldene Baklava. Boah. Alter, das ist komplett gold, Leute. Leute, schaut euch das an. Das ist komplett echtes 24 Karat Glattgold, was ich jetzt hier essen werde. Boah, Leute. Und hier ist einfach mal der goldene Cappuccino. Alter. Leute, Gold, Cappuccino, Gold, Baklava. Jetzt werden wir das Ganze probieren. Alter, heftig. Ey, zu trinken gibt es hier, glaube ich, heute auch nichts. Hier ist alles, jede Farbe, nur nicht schwarz, ey. Oh, eine Cola können wir holen. Stimmt. Digga, das habe ich doch voll vergessen. Oh, wir können eine Cola fetzen. Und schaut mal, die haben sogar diese kleinen, diese Zero. Oder nehme ich jetzt noch eine normale? Hier, Leute. Ey, das ist doch schwarz. Das werde ich noch trinken dürfen, oder? Packen wir erst mal einen hier. Kleine 02er-Cola-Flaschen. Die sind die besten. Oder nehme ich gleich so einen dicken Sechser hier. Nee, komm, die Kleinen sind die besten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die auch richtig feiert. Okay, Leute. Jetzt probieren wir auf jeden Fall mal das Stück hier. Alter, stecht da komplett ins Gold rein. Ihr seht das. Alter, das ist so richtig heftiges Gold hier einfach mal am Start. Und jetzt ist die Frage natürlich, schmeckt es dann auch krass, Leute? Dafür, dass es so teuer war. Leute, ich würde sagen, let's go. Mmmh. Oh mein Gott. Das ist ultra krass. Und jetzt probieren wir auf jeden Fall mal hier den goldenen Cappuccino, Leute. Eigentlich mag ich gar keinen Cappuccino, aber wenn Gold drauf ist, probiere ich den natürlich mal. Oh, Leute. Schaut euch das mal an, Alter. Okay. Mmmh. Sehr, sehr krank, Leute. Weißt du auch nicht, was das hier ist? Das dürfen wir leider nicht essen, weil es nicht Gold ist, Leute. Aber, ich würde sagen, ich esse jetzt mal hier fertig, Leute. Die erste Wahlzeit ist schon mal geistesmang. Ich bin gespannt, was Maren als erste Mahlzeit hier hatte bei sich. Aber, ja, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Let's go. Ey, no joke, Leute. Ich sag euch, hier gibt es echt nicht viel was Schwarzes. Also wirklich jetzt. Oh, hier. Die nehmen wir da auch noch mit. Alter, noch eine Matte. Die auch noch einpacken hier. Oh, nur auf, dass nicht alles kaputt geht, ey. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt erst mal bei den wichtigsten Sachen, die es zum Frühstück gibt. Und zwar Süßigkeiten. So, die beste Mahlzeit hier am ganzen Tag. Ich liebe die Chips so, wie sie waren. Die sind alle nicht schwarz. Das gibt es doch. Oh, hier. Lol. Hä, ist das jetzt schwarz? Aber dann sind die doch nicht schwarz, oder? Hat der gesagt, nur schwarz essen oder schwarze Verpackung? Boah, ich weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, darf ich die jetzt kaufen, ja oder nein? Ich mach's einfach mal, weil die sind... Obwohl, nee, ich lass sie lieber, ist die Gefahr zu gut. Jetzt aber in den Kommentaren, ob das jetzt okay war, ob ich die hätte essen dürfen. So, Leute. Ich gönne mir jetzt einfach mal das ganze Gold auf einmal. Schaut euch das mal an, Leute. Die maximale Goldladung. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür bereit bin, Leute. Leute, das schmeckt so reich. Das ist krass. Ja, Abend ist noch ein bisschen heiß, aber schmeckt richtig gut, Leute. Also, man merkt so dieses Gold, ne? Das tut diese Hitze kondensieren und impulsieren. Und dadurch im Inneren des Körpers entsteht dadurch eine goldene Torsion. Also, das schmeckt man wirklich. Mann, ey, ich find gar nix hier. Schwarz essen. Hier, Schokolade. Ja, das ist doch schwarz, oder? Ich nehm' ich die auch noch mit. Komm. Oh, hier ist auch alle schwarz. Digga, wie krass ist das denn? Nehmen wir jetzt hier erstmal ein bisschen... Das ist... Ein Eis mit Kamelle, ist das schwarz? Nee, das ist nicht schwarz. Oh, Lakritz. Ich mag die gar nicht. Die sind schon richtig scharf. Was gibt's hier noch so schwarzes an Süßigkeiten? Gar nix. Hier, die haben eine schwarze Verpackung, aber die sind braun. Oh, Schneekast. Oh, nee, ich muss... Oh, nein, das ist ja auch nicht... Das ist braun und nicht schwarz. Mann. Ich weiß echt nicht, was ich holen soll. Alter, hier gibt's so richtig geilen Kuchen. Den nehm' ich mit, weil der ist schwarz. Den darf ich essen, Leute. Let's go. Das ist schwarz, ne? Also, könnt ihr mir jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist. Das fetze ich auch noch gleich weg. Ey, es gibt auch einfach kein schwarzes Eis. Das ist so unfair. Ja, ich geh jetzt mal mit den ganzen Sachen zur Kasse und dann fetzen wir das aber gleich aber auch richtig alles weg. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der Dubai Mall und ihr seht auch schon, hier ist richtig viel Gold überall und wir gehen jetzt hier in einen Schokoladenladen, Leute, wo es goldene Süßigkeiten gibt. Ihr glaubt nicht, was da alles drin ist. Let's go. So, Leute, Einkaufs eingetült. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und dann fetzen wir das erstmal alles richtig weg hier zum Frühstück, weil ich habe echt richtig Hunger, sage ich euch. So, Leute, in der Dubai Mall sind wir jetzt hier bei diesem Laden und hier soll es wohl goldene Süßigkeiten geben. Let's go. So, Leute, hier gibt es schon so ein goldenes Getränk. Ihr seht es mit echtem Gold da drin und das dreht sich hier so im Kreis, um das Gold so zu zeigen. Sehr, sehr heftig. So, Leute, hier gibt es überall goldene Sachen, ihr seht es schon, aber kein Essen leider. Aber alles ist hier einfach mal Gold, Leute. Hier zum Beispiel auch das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa, Leute, in Gold. Richtig krank. So, Freunde, wir sind jetzt wieder zu Hause und jetzt geht es ans Frühstück ran. Boah, jetzt fetzen wir erstmal diesen dicken Kuchen hier weg, sage ich euch. Da habe ich richtig Bock drauf. Boah, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch mal so Kuchen wie ich isst. Und zwar, ich schiebe ihn immer auf. Und dann geht das so ab. So, Leute, wir sind hier in der Bäckerei und hier gibt es das nächste goldene Essen und zwar Golden Royal Prioche French Toast. Leute, das ist so ein French Toast mit 24 Karate Gold. Das heißt, das ist hier meine zweite Mahlzeit. Ich habe schon wieder richtig fett Hunger, Leute. Und ich gucke jetzt mal hier, wenn ich Glück habe, gibt es hier auch ein Getränk in Gold, weil, ja, ich habe natürlich auch Durst, Leute. Und ich darf nur goldene Sachen essen und trinken den ganzen Tag. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ob ich hier nochmal was finden werde, Leute. Wünscht mir Glück. Boah, alles aufgegessen, Leute. Zum Frühstück einen halben Kilo Kuchen, ey. So, wir schauen mal, was wir jetzt noch haben. Boah, Alter, die fällt sich jetzt erstmal auch richtig weg, die Fritze hier. Boah. Oh. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Die nächste goldene Mahlzeit, das ist ein French Toast mit 24 Karate Gold. Und wir haben ein Goldgetränk. So, Leute, ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennt, aber das ist tatsächlich ein Blattgoldgetränk. Geisteskrank heftig, Leute. Und jetzt werden wir mal beides testen. So, Leute, jetzt testen wir auf jeden Fall das goldene French Toast. Und, ey, ich bin wundermal gespannt, Leute. Okay, let's go. Boah, das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Die Soße würde ich gerne verwenden, aber ich darf es leider nicht, weil die ist nicht gold. Ich darf nur das goldene Getränk trinken, Leute. Und natürlich das goldene French Toast. Mhm. Oh mein Gott, das schmeckt so, Alter, das schmeckt so nach, wie soll ich das beschreiben, so übelst exotisch, Leute. Und so, Digga, das ist krank. Ich weiß nicht, nach was das schmeckt, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal hier zu dem, Alter, zu dem goldenen French Toast. Bruder, ist das krank. Okay, Leute, Alter, Digga, es ist so teuer, ich glaube nicht, wie viel das gekostet hat. Das ist echtes Gold, 24 Karat, ihr habt es eben in der Karte gesehen. Leute, schätzt jetzt mal in den Kommentaren. Also, gut, ihr habt eh den Preis gesehen, ich glaube, das sind so 80 Euro hat das gekostet. Mmh, Alter, oh mein Gott, das ist krass. Die kann ich leider nicht essen, die ist nicht golddeutert, den muss ich bei der Seite liegen lassen. Oh, Digga, die ganze Fritz-Matte hier weggefetzt, ey, einen halben Liter Cola erst mal. Ich merke schon, wie das Koffein knallt. Die alle fetzen wir jetzt weg und sehen wir uns gleich wieder. Das ist so crazy, krass, Leute. Ich schwöre es euch. Mmh, Alter, das esse ich jetzt komplett auf. Mmh, Leute, ich nehme jetzt auch nochmal extra New Gold hier von oben. So weiter. Boah, so krass, Mann. Ey, es hätte keine bessere Farbe sein können, Leute, für einen Tag. Ich hoffe, Marvin hat genauso viel Spaß mit seinem schwarzen Essen. Aber, ey, das ist zu krank, Leute. Jetzt sagen wir, holen wir uns gleich nochmal ein paar Snacks und vielleicht Süßigkeiten. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Restaurant. Ihr werdet natürlich auch sehen, auch da werde ich nur Gold essen. Oh, ich bin so fett. Ich habe die ganze Cola weggefetzt. Drei Stückle hintereinander. Wir haben aber noch was zum Frühstück, Leute. Und zwar diese Feuerlakerze. Extrem stark. Also, ich merke noch nichts. So, Leute, wir haben jetzt hier nochmal einen ganz fetten Goldblock. Und ich würde sagen, ich gönne mir jetzt den ganzen Goldblock auf einmal. Ich bin echt anders satt schon. Alter, das ist ein kompletter Goldbarren, Leute. Schaut euch das mal an. Alter. Okay, bist du bereit? Boah, ich habe die Hälfte weggefetzt hiervon. Ich würde sagen, das reicht erst mal. Was haben wir noch hier? Schokolade. Heute dürfen wir nur schwarz essen. Das machen wir natürlich auch. Boah, die ganzen Pompoms hier. Ich sage euch ehrlich, Pompoms knallt nur, wenn man ganz viele isst. Da müssen alle im Mund rein. Das muss richtig voll sein. So, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall angekommen beim nächsten Restaurant. Und zwar, ihr seht schon, hier sieht es ultra, ultra heftig und teuer aus. Denn, Leute, das nächste Restaurant, den wir finden, ist, heißt Dish Tricked. Und, Leute, was es dort gibt, werdet ihr nicht glauben. Ich sage es euch. Genau, Leute, denn dort gibt es auf jeden Fall die teuersten Chicken Wings der Welt, Leute. Komplett aus purem Gold. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt mal essen, Leute. Die werden noch mehrere hundert Euro wieder kosten. Also, es ist zu krank, Digga, wie teuer das heute alles ist. Und ich sage, ja, wir gehen jetzt mal rein, Leute. Und ihr werdet es dann sehen. Let's go, Mann. So, Leute, jetzt geht es auf jeden Fall hier rein ins Restaurant, würde ich sagen. Let's go. So, Leute, ihr seht schon, sogar das ganze Besteck ist hier einfach mal aus purem Gold, Leute. Das ist zu krank, Mann. Also, ey, das wird echt heftig hier, glaube ich. Leute, ihr müsst unbedingt ein Like da lassen dafür, dass ich so viel Geld heute für dieses ganze Essen ausgebe. Das würde ich mir niemals sonst kaufen. Wie gesagt, Leute, lasst auf jeden Fall Supporter. Ist jetzt bestimmt 20 Minuten vergangen. Ich habe die ganze Tüte aufgegessen. Boah, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bin so fett geworden. Alter Schwede. Boah. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal weiter. Und wir sehen uns gleich, wenn ich erst mal Mittag esse. Ciao. So, Leute. Alter, wir haben jetzt auf jeden Fall die nächste goldene Mahlzeit. Und zwar sind das einfach mal schwarz-goldene Chicken Wings, Leute. Hier komplett mit 24 Karat Gold, Leute. Bro, es ist so verrückt, Alter, was ich hier heute mache. Leute, ihr habt auch gar keine Ahnung, was das schon wieder kostet. Wir haben hier sogar goldenes Besteck, wie gesagt, dazu bekommen. Und, Leute, sogar, das ist ein kleines Detail, aber selbst hier die Wasserflasche ist leicht gold. Ihr seht das. Und sogar die dieser Halter. Wir testen auf jeden Fall die 24 Karat Chicken Wings. Warum sind die eigentlich schwarz? Das habe ich gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein, Leute. So, Leute, let's go. Ich würde sagen, jetzt können wir einfach mal zum Mittagessen. Denn, ganz wichtig, das andere haben wir ja schon gegessen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann mal was zu essen finden. Aber essen wir auch noch, um irgendwas zu trinken. Deswegen würde ich jetzt erst mal sagen, lass mal gucken hier. Vielleicht finden die irgendwas. Oder, ich habe eine Idee, wir gehen direkt da zu den ganzen Essensmilen, Leute. Vielleicht ist es bestimmt irgendwas Geiles, hoffentlich auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt schon wieder gerade im Einkaufszentrum. Alter, Leute, schaut euch mal an. Hier sind so viele Restaurants. Aber wir können einfach kein Gefühl davon essen, weil die einfach kein schwarzes Essen haben. Das gibt es doch gar nicht, ey. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Oh mein Gott, ey. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es bei McDonalds irgendwas, was wir so fetzen können oder so. Es kann ja nicht sein, dass es hier einfach nichts gibt, was irgendwie schwarz ist. Alter, Junge, die sehen so krass aus. Das sieht so verrückt aus, sage ich euch. Alter, Leute, ich würde sagen, 3, 2, 1. Oh mein Gott, übel krass. Schmecken viel, viel besser. Ich weiß okay, das ist hier oder so, sage ich euch. Zehnmal so krass. Ey, das Ding ist, ich würde jetzt so gerne richtig fett Burger Pommes fetzen, sage ich euch. Aber leider gibt es hier einfach nichts, was irgendwie schwarz ist. Deswegen habe ich mir überlegt, wir nehmen jetzt ein Stück Kuchen, ein Keks und ein Schokomuffin. Let's go. So Leute, let's go. Ey, jetzt fangen wir erstmal an, wir alles weggefetzen. Wir haben so viel, sage ich euch. So, ich fetze jetzt auch erstmal den ganzen Cookie weg. So, ich bin locker. Oh, einen ganzen Keks habe ich aufgerechnet. Erst haben wir schon mal leer. Und zwar hier. Haben wir noch. Den Schoko machen. Guckt euch hier mal an. Oh, Digga. Der ist eine 10 von 10, sage ich euch. Oh, Mambe. Ey, man kann da eigentlich auch gleich eine fette Kalorien-Challenge draus machen, sage ich euch. Ich futter, oh mein Gott, Digga. Guckt euch das mal an. Diese blöde Gabel, die bringt eh nichts. Kannst du eine Tonne kloppen, das Ding. Ich esse den Fett jetzt so weg hier. So Leute, ich esse den ganzen Kuchen jetzt einfach so. Boah. Also Leute, ich würde sagen, weiter geht's hier. Wir machen uns jetzt ein ganz großes, goldenes Stück hier. Junge. Das könnte sogar Marvin essen heute im Video, wenn er das Gold wegmacht, Leute. Junge, Junge, Junge. Bro, das ist zu crazy. Leute, warum gibt es eigentlich kein Burger Pommes in Gold, Mann? Das hätte ich so gerne gegessen, Mann. Ey, hoffentlich finden wir noch Burger Pommes in Gold, Leute. Alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Das letzte Stück noch hier. Dann habe ich den ganzen Kuchen weggefetzt. Mir ist so schlecht, sage ich euch. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe einmal viel zu viel gegessen, ey, wirklich. Ich brauche gleich auf jeden Fall was zu trinken, Leute. Essen würde ich sagen, wir holen jetzt erstmal 5 Liter Cola. Alter, Leute, ich sage, ich habe so einen Durst. Das ist so schlimm, ey, Bruder. Ich kann einfach nichts trinken, weil die einfach überall keine, kein schwarzes Getränk, außer eine Cola. Aber die ist ja dann, also das ist ja eine andere Verpackung. Ich muss jetzt echt mal in der letzten Kraft einmal gucken, dass ich jetzt noch eine Cola kriege. So, Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall alles aufgegessen. Richtig, richtig geil. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir als nächstes finden, was komplett Gold ist. Leute, bisher muss ich sagen, war alles extrem lecker, Leute. Mein Bauch ist auf jeden Fall auch schon gut voll. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wir als nächstes finden, Leute. Heute Abend, da habe ich auch schon ein richtig krankes Restaurant reserviert, und zwar Nussred. Heute kennt ihr, der Streu jetzt so Salz essen. Wir sind jetzt mal hier eingeblendet, Nussred. Und ja, da freue ich mich schon unnormal drauf, sage ich euch. Alter, Leute, let's go. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir holen uns jetzt hier erstmal was zu trinken. Eine Cola nehme ich. Und dann haben die irgendwie noch einen schwarzen Donut oder so. Oh, nee, sieht nicht so aus. Aber die sehen so lecker alle aus. Das ist dann, würde ich sagen. Oh mein Gott, guck mal, die haben sogar Slush-Eiser, weil es die falsche Farbe misst, man. Dann müssen wir eine Cola nehmen, weil die ist auch schwarz. Oder ich nehme gleich zwei. Jo, Leute, ich habe gerade noch ein paar Zuschauer getroffen, die wollten noch was sagen. Vielleicht Burger Pommes. Genau, Leute, ihr wisst euch halt. Hashtag Burger Pommes in die Kommentare und kauft Lukas ein Buch. So, Leute, wir müssen jetzt noch mal ganz schnell essen. Erst mal was trinken, erst mal hier die Cola, Leute, ganz wichtig. Oh mein Gott, ey, ich habe richtig Durst, seit ich euch. Ich fette jetzt erst mal die Cola weg. Ja, Moment, ich muss kurz die Cola wegfetzen im Video. Jo, Leute, ich habe noch ein paar Zuschauer getroffen. Was geht, Jungs? Hashtag Burger Pommes. Genau, Leute, wenn ihr bei Meckes seid, immer Burger Pommes gehören. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen bei Nussret. Ihr wisst Bescheid, jeder kennt ihn. Hier werden wir auf jeden Fall heute unser Abendessen haben. Richtig krass, Mann. Oh, Leute, ich habe schon wieder einen Schlechabend dran. Mir geht es gar nicht gut. Ich muss schon wieder die nächste Cola trinken. Let's go. Ich habe heute erst sechs Liter Cola oder so getrunken. Aber schnell hier noch die nächste wegfetzen. So, Leute, wir haben hier das goldene Menü. Und heute ist sogar Nussret selbst da. Das bedeutet, wenn wir ein goldenes Steak nehmen, dann serviert er es uns, Leute. Und streut das Salz auf jeden Fall drauf. Höchstpersönlich. Das heißt, das darf ich auf gar keinen Fall verpassen, Leute. Wir nehmen also auf jeden Fall ein goldenes Steak, würde ich mal sagen, Leute. Sehr, sehr krass. So, Leute. Cola in den Müll geworfen. Habe ich auch jetzt komplett weggefetzt. Oh, jetzt geht es mir schon wieder besser. Ich kann auch langsam mal bald das Abendessen kommen, sage ich euch. Boah, Alter, ich wollte gerade schon gehen. Aber schaut mal. Ey, die haben einfach Takis, ey. Ey, wie fett ist das denn? Oh, hoffentlich haben die was Schwarzes zu essen hier. Das wäre ja richtig geil, Leute. Nein, hier ist nichts dabei. Oh, mein Gott, hier auch nicht. Hä, das gibt es doch nicht, als ob die nichts Schwarzes zu essen haben. Bruder, Leute, ich brauche da irgendwas. Oh, so leckere Süßigkeiten hier. Oh, mein Gott, ein Hotschip. Digga. Ne, Leute, hier ist auch, ist hier irgendwie ein schwarzes Getränk dabei. Alter, was denn das? Oh, mein Gott. Guckt euch mal diese Bomben an, ey. Alter, ist die fett, ey. Das habe ich auch nie gesehen. Boah, das kaufen wir jetzt erstmal. Ey, da fett sich erstmal eine richtige Bombe weg. Oh, hier haben wir auch noch was gefunden. Aber was ist das hier? Ne, aber was ist das hier? Sind die schwarz? Ja, ne, ne, nehmt ihr auch nochmal mit. Let's go. Hier habe ich noch so einen Glibberball gefunden. Kommt dann, nehmen wir auch mal ein Parfum mit. Hier. Alter, Leute, ich bin da jetzt raus. Ich habe einfach eine richtige Bombe dabei, die ich einfach essen kann. Oh mein Gott. So Leute, Nusrat ist hier gerade schon hinter uns. Und gleich wird der dann bei uns sein und das goldene Steak salzen, Leute. Ich bin richtig gespannt. Wird unnormal heftig. Alter, Leute, schaut mal, die haben so ein schwarzes Eis. Dann nehmen wir das Eis einfach ohne Waffeln, nur in schwarz. Das ist ja dann okay, oder? Oh, ihr habt doch, Leute, schaut mal, die haben sogar Slush-Eis. Ey, da müssen wir auch Slush-Eis fetzen. Das ist schwarz, sehr gut, das können wir auch nehmen. Da würde ich sagen, nehmen wir Slush-Eis und so ein schwarzes Eis hier. So, Freunde, das goldene Steak ist jetzt auf jeden Fall angekommen. Ihr seht es. Oh mein Gott, Alter. Jetzt müssen wir natürlich noch darauf warten, dass es hier hoffentlich gewürzt wird und geschnitten von Nusrat. Ihr wisst Bescheid. Boah, schaut mal, wie das jetzt so eintunkt. Geisteskrank, Leute. Boah, das können wir gleich so wegfetzen, sage ich euch. Ey, no joke, ich brauche schon mal ein paar Salierten hier. Boah, perfekt. Leute, gebt euch mal, wie geil das aussieht. So, Leute, es ist jetzt schon richtig spät. Das Eis fetze ich jetzt noch weg. Ich darf nur die Schokolade essen. Den Rest nicht, weil das ist in die Schwarz. So, das Eis habe ich jetzt weggefetzt. Jetzt das Slush-Eis dran, Alter. Das ist so krass, schaut euch das immer mal an. So ein geiles Slush-Eis hier zum Abendbrot noch. Alter, wir haben hier noch so eine richtig fette Cola-Bombe. Die ist auch richtig dick, ey. Guck dich, Alter, ist die fett. Ey, ich habe mir überlegt, die Cola-Bombe fett sich nachher weg. Ich fette jetzt erst mal das Auge hier weg. Let's go. Alter, das ist grün. Das darf ich nicht essen. Das ist grün. Das sah voll schwarz aus. Das ist voll der Scam gewesen. So, ich würde sagen, den Rest essen wir jetzt aber wirklich alles nachher. Aber erst mal fette ich jetzt noch das ganze Slush-Eis weg. Okay, Leute, sind die erst auf jeden Fall angekommen. How are you? Fine, thank you. Oha, Leute, jetzt geht's los. Wow. Wow, das sieht richtig, richtig geil aus. Looks very nice. Oha. Alter, Leute, Mitarbeiter ist schon ultra spät. Wir haben ja noch hier unsere fetten Kracher. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist schon ultra dunkel. Ich finde, der hat es auch schon wieder zu Hause. Die fetten wir jetzt weg. Ah. Oha, hoch. Ich darf das nicht essen. Ah, es muss alles im Mund raus. Ihr habt alles wieder ausgefuckt. Ich habe nichts mehr. Oh, jetzt müssen wir Spice-Bombs schnell hinterher trinken. Oh, Leute. Wir haben jetzt eine echte Bombe, eine Cola-Bombe. Nice. Oha. 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 Hey, Leute. Geisteskrank lecker. Ohne Witz. Richtig heftig, Mann. Zehn von zehn, Leute. Ich lasse es mir jetzt auf jeden Fall richtig schmecken. Sage ich euch gleich nochmal, wie es war. Oh. Alter, guck mal, wie krass die ist. Schnell nachtrinken. Oh, das ist eine Bombe. Energy. Alter, ist die dick, Leute. So, Leute. So sieht es jetzt nochmal hier von nahem aus. Ich lasse es mir jetzt richtig schmecken, Leute. Alter, meine letzte goldene Mahlzeit heute. Oh. Ich habe voll den Energy-Schock. Boah, wir haben schon zwei Uhr nachts. Ich bin mir sicher. Ich kann euch gar nicht schlafen. Ich bin richtig aufgedreht. Boah, ich habe alles weggefetzt, Leute. So, Leute. Ich habe alles leer gegessen. Bis auf das allerletzte Stück. Ich würde sagen, Leute. Das war bei mir. 24 Stunden nur Schwarzessen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die fandet. Leute, abonniert alle gerne meinen Kanal. Ciao, ich bin raus. Ich würde sagen, das greifen wir uns jetzt. Und Leute, lasst auf jeden Fall mal einen fetten Like für dieses Video da. Ich habe heute über 1300 Euro oder so für Essen ausgegeben. Das habe ich noch nie gemacht an einem Tag. Deswegen, wir sehen uns, Freunde. Bis dann und ciao, ciao.